Halligallohallöchen, willkommen zur Folge 3 unserer jetzt Episode 4.6, sag ich mal, Version 4.6. Ich habe euch ja einiges versprochen, ich habe es jetzt im Grunde wieder neu aufgelegt. Erstens, wie gesagt, schaut euch erstmal die älteren Episoden an, wodurch ich eigentlich noch mehr habe, aber es kommt wie es kommt, ich muss das erstmal schneiden. So, wir haben hier das aktuelle Schlachtfeld, jetzt, bestes Beispiel, halt oben die Global Hawk, oder, nee, das ist die Reaper, Global Hawk, ja, haha, kann jetzt nicht mehr gesteuert werden, man setzt sozusagen ein Fop hin, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo ist die Fop, wenn wir sie mal gebraucht. Ach, guck an. Nee, schlitt.